Guten Abend, meine Damen und Herren. Während sich die Bauherren einer Eine-Welt-Diktatur bei ihrem Streben nach Weltherrschaft hinter angeblichen Freiheitskämpfen unterdrückter Völker verstecken, hetzen sie gegen den russischen Staatspräsidenten. Sie tolerieren nicht, dass Putin sich erdreistet, die freiheitliche Selbstbestimmung des russischen Volkes und die Souveränität des eigenen Landes zu verteidigen. Denn in der neuen Weltordnung wird es am Ende nicht einen einzigen Souveränstaat mehr geben. Wer sich ihr nicht beugt, wird von den Massenmedien verhetzt, die ausnahmslos von einer über Leichen gehenden Finanzelite kontrolliert werden. Die Unterdrückung aller Völker unter das Machtdiktat von wenigen tausend Adeligen steht auf der Agenda. Jedes Mittel ist ihnen dabei recht, selbst vor einem dritten Weltkrieg schrecken sie nicht zurück. Wie viel Zeit noch bleibt, den Völkern der Welt die Augen zu öffnen, wissen wir nicht. Nur, es ist Höchstzeit. Bevor ich nun an meine Kollegin übergebe, zitiere ich noch Mark Twain, der sagte, Es ist leichter, die Leute zu übertrügen, als sie davon zu überzeugen, dass sie betrogen werden. Deshalb bleiben Sie dran. Der letzte Staatschef der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, hat sich für einen Beitritt der Krim zu Russland ausgesprochen und die Sanktionen des Westens kritisiert. Die Halbinsel sei einst auf Beschluss von Ex-Staatschef Nikita Khrushchev der Ukraine zugeschlagen worden, ohne dass die Krim-Bevölkerung gefragt worden wäre, sagte Gorbatschow der Nachrichtenagentur Interfax. Jetzt haben die Menschen auf der Krim beschlossen, diesen Fehler zu korrigieren. Das Referendum sollte begrüßt werden und nicht zu neuen Sanktionen führen, sagte der Ex-Staatschef. Für Strafmaßnahmen müsse es sehr ernste Gründe geben und diese müssten von den Vereinten Nationen unterstützt werden. Der von der Bevölkerung gewünschte Beitritt zu Russland könne Sanktionen nicht ausreichend begründen. Weitere Sendungen rund um den Ukraine-Konflikt werden demnächst folgen. Bleiben Sie dran!